Was soll loswerden? Achso, ja, demnächst in der Wahl wieder mal, also gleich in mehrfacher Hinsicht, Kommunal, Europa und dann haben wir ja Landtagswahl. Ich werde den Teufel tun, euch zu sagen, was ihr zu wählen habt, aber ich kann euch sagen, wen ihr vielleicht lieber nicht wählen solltet. Da steht ein altes Haus mit einer Koppel bei uns in Berlin. Und so viele, die nie was gelernt haben, die sitzen da drin. Die deutschen Volke steht überm Portal, doch was das Volk will, ist ihnen egal. Denn nach Karriere und vor allem nach Geld, steht dem meisten der Sinn. Es ist eine ganz neue Volksvertreter-Generation. Und ihre Leute verandert bei Weitem nicht nur die Union. Der Liberale sucht dem Sozialismus ein Heil. Und der Sponti findet den Krieg plötzlich geil. Und der Sozi sollst schweigen und zaudern auf den wackelnden Trog. Schloss aus und vorbei, nie wieder Altpartei. Und fragst du mich auch noch, warum? Weil sie lügen und betrügen und uns immer wieder verkaufen. Erst für Geld und dann auch für dumm. Ich kann's nicht mehr sehen, wie wir eine runtergehen. Es wird ja nicht mal mehr verduscht. Weil die jammert und klammert, damit klappt mir die ein. Weil die am Ende doch wieder kuscht. Sie halten immer zusammen, wenn es gegen den Glauben geht. Wie eine große Familie, die nur aus Vättern besteht. Vor jeder Kamera schmeißen sie Schmutz. Sekundiert vom Altparteienschutz. Denn es wäre doch fatal, wenn sich die Meinung dann doch nochmal dreht. Und alle Ämter haben sie längst mit ihren Leuten besitzt. Und in der Presse sind sie bis zum Lokalteil bestens vernetzt. Immer wieder wird der Bürger briskiert, wenn er die drei Mal mal laut kritisiert. Und dann wird auf allen Kanälen gegen alle gehetzt. Schloss aus und vorbei, nie wieder Altpartei. Und fragst du mich auch noch, warum? Weil sie lügen und betrügen und uns immer wieder verkaufen. Erst für Geld und dann auch für dumm. Ich kann's nicht mehr sehen, wie wir eine runtergehen. Das wird ja nicht mal mehr vertuscht. Weil die jammert und klammert, damit klappt mir die ein. Und weil am Ende noch wieder kuscht. Wir sitzen alle in einem Boot, das wird doch jeder verstehen. Doch während die einen immer nur rudern, das sind die anderen Kapitän. Und doch so langsam kommt's zur Meiterei. Und dann ist's mit dem Kollisionskurs vorbei. Und wer dann immer noch unbedingt möchte, kann ja gerne alleine baden gehen. Schloss aus und vorbei, nie wieder Altpartei. Und fragst du mich auch noch, warum? Weil sie lügen und betrügen und uns immer wieder verkaufen. Erst für Geld und dann auch für dumm. Ich kann's nicht mehr sehen, wie wir eine runtergehen. Es wird ja nicht mal mehr vertuscht. Vorbei mit dem Jammern und Klammern und Ideen. Es wird absolut nicht mehr gekuscht.